Halli, hallo, hallöchen, meine lieben Freunde, heute sagen wir, Doors mit random Leuten. Ja. Okay, es lädt. Und es hat fertig geladen, jippie. Okay, ich kann mir nix leisten, ist doch super. The Hotel. Okay. Ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit da drauf denken, ne? So, und wir gehen weiter. Ähm, ja, der Lagen. Und Tür Nummer 5. Oh, wir haben ihn allein. Ne. Hey, okay, gut, er ist nachgekommen. Also, kann ich nicht mal auf die warten? Gut, sie kommt. So, welche Tür? Wir waren gerade Tür 6, also ja, ist Tür 7. Okay, sorry, dass ich auch leise bin. Ich weiß nicht, was ich hier reden soll. Da ist mein Mystery noch einfacher. Noch sind alle da. Äh, eins. Ähm. Okay, wir leben noch alle. Gut. Okay, wir wissen es schon. Oh. Rush. 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 Gut. Wir können mal raus. Aber ich sehe leider nicht so viel. Oh, natürlich. Oh, ich sehe nichts. Hilfe. Ah, Licht. Danke. Okay. Wir brauchen einen Schlüssel. Hä, es gibt voll, voll viele neue Animationen. Voll geil. Yo. Das Klopfen ist immer so creepy. Ich finde, DOS ist gar nicht so gruselig. Wenn man sich mal dran gewöhnt hat. Ich weiß noch, mein erstes Mal DOS. Hilfe. Johnny hat gespielt. Ich saß daneben und habe mir die Augen zugehalten. Oh mein Gott, ist da Jack drin? Ah, die... Ich schnapp mal einfach alles weg. Oh! Oh mein... Gott! Fett, der ist tot, weil er so zugerannt ist. Anscheinend nicht. Und der rennt immer weiter. Hey, wir leben noch. Yo. Hey, wir leben einfach noch alle. Hey, einfach voll gut. Einfach Pros. Okay, 34. Okay, entweder jetzt an der nächsten Tür ist, die Siegche ist. Okay, die Tür. Okay. Okay, hier. Ich liebe diese Musik. Mein Gott, wie hier jemand einfach mit dem Feuerzeug rumrennt. Ähm. Soll ich mehr DOS-Videos machen? Schreibt's mal in die Kommentare. Weil jetzt kann ich nämlich auch DOS-Videos machen mit meinem PC. Au, au, au. Feuer, 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 Feuer. Okay, wir sind jetzt noch zu drü- Hä? 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 Wie war er schon hier? Hat der den Schlüssel? 24. Äh, nicht 24, sondern 42. Achso, es hat gepasst. Brau. Danke. Komm, nee. Okay. Schon Tür 47. Oh mein Gott. Jetzt sind wir noch zu dritt. Oh mein Gott. Okay, ich hatte einen Zettel. Einen Zettel. Oh mein Gott, mein Herz. Scheiße. Oh mein Gott. Ja, es war ein Fehler, den Schrank zu öffnen. Ja, das... Naja, egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, war's mit dem Video. Und ciao, ciao.